Hallo Welt, wir sind Anonymous. Dies ist ein erneuter Aufruf zur Demonstration gegen ACTA. Diese wird am 25. Februar 2012 stattfinden. Den Link zu den Protesten findet ihr in der Videobeschreibung. Es werden für die Demonstrationen noch Leute gesucht, die diese mit organisieren können. Wir müssen sofort handeln. Es gab gestern mehrere Berichte, dass sich die Europakommission nicht von den Protesten vom 11. Februar 2012 hat beeindrucken lassen. Das Problem ist allerdings, dass der ACTA-Vertrag der Europakommission am 1. März 2012 vorgelegt werden soll. Deshalb müssen bei der kommenden Demo noch mehr Menschen auf die Straße gehen. Also gehe auch du wenn du gegen ACTA bist. Damit diese Info am besten jeden erreicht, verbreite dieses Video in allen sozialen Netzwerken. Und wenn ihr wollt könnt ihr es auch herunterladen und bei euch wieder hochladen. Das einzige das zählt ist nämlich, dass diese Info zur Demo möglichst weit verbreitet wird und so viele Menschen wie möglich erreicht. Denn nur gemeinsam sind wir stark genug um uns gegen ACTA zu wehren. Wenn ihr neue Informationen zu ACTA habt könnt ihr diese gerne in den Kommentaren posten. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. Wir sehen uns.